Ja, ich habe hier unseren neuen Wagen von EU, das Neuwagen Darmstadt, hier gerade abgeholt und war alles soweit in Ordnung, der ganze Verlauf, die Beratung und so weiter. Der Altwagen ist in Zahlung genommen worden zum fairen Preis. Die Abwicklung auch da war wunderbar und von daher kann ich mir weiterempfehlen. Untertitelung des ZDF, 2020